Die Weihnachtszeit für mich bedeutet oft mit der Nationalmannschaft im Trainingslager zu sein, aber auch Zeit mit der Familie und den Freunden verbringen zu können. Weihnachtslieder hören, Kekse backen und Weihnachtsmärkte besuchen gehört bei mir zum absoluten Muss. Dieses Jahr wird das alles ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Vorweihnachtszeit und versucht euch einfach an den kleinen Dingen zu erfreuen. Bis bald! Musik